so die kaffeemaschine mit eigenem fanclub darf natürlich nicht fehlen in dem video und somit hallo und herzlich willkommen ich bin's wieder an der talkTV und willkommen zu einem neuen video mit dem dart video hat gestern leider nicht geklappt weil der akku von der kamera war leer was für eine scheiße aber es ist auf jeden fall schon ein video geplant im birkenweyer beim ersten heimspiel was wir haben es wird auf jeden fall mega live schon alles abgeklärt und alles drum dran eventuell gibt es dann von da auch ein stream bis dann nächste woche und wenn ich die tage mal zum friseur gehe das wird natürlich auch gefilmt da gehe ich jetzt zum lothar ja und da würde ich mal sagen beeile ich mich jetzt weil ich muss jetzt mich beeilen ja moin nice so auf jeden fall geht es jetzt los weg zur arbeit gucken wir uns hier heute heute ich bin müde leute so leute habt ihr feierabend und das beste ist eine verfickte wolke am himmel und da trofftet einfach mal gucken wegen der lkw ist hier und alles drum und dran der scheiß regen ich muss kamera auf jeden fall wieder reintun aber habe jetzt feierabend heute auch wieder chillig gleich nach hause und morgen geht es zum loder zum friseur da wird es auf jeden fall auch ein video geben könnt ihr euch schon mal drauf freuen morgen ist freitag und ans wochenende leute nice man so leute sitzen hier in der wahnhof mal gucken ob der zug heute mal wieder pünktlich kommt heute morgen war auch wieder verspätung läuft ja auf jeden fall ne aber guck mal diesmal pünktlich kommen heute morgen einfach zehn minuten wieder verspätung also er zog nach solingen hauptbahnhof der verspätung echt kacke leute so leute bin jetzt zu hause da ist gerade noch Huhn im ja im Ofen ja moin weil ich hab hunger leute und hähnchen schenke gehen immer aber ich glaube man sieht das gar nicht so Gucken wir doch mal wo die Melli ist war die darf in videos eigentlich nie fehlen na Melli wow die hat gar keine angst mehr vor der kamera früher hatte ich angst davor ja süße maus aber hunde filmen ist echt schwierig ist schon süßer Hund ja Melli ja fein im haus ruhig eine feine maus ja die Melli ja so leute und natürlich traditionell so leute die legendäre Kaffeemaschine muss natürlich benutzt werden die hat schon einen eigenen Fankreis ja moin ich sag jetzt nicht wo oder was aber also die Kaffeemaschine hat auf jeden Fall schon Fans läuft auf jeden Fall so dann hol ich mir noch eine Tasse aus dem Schrank die sollte gehen und meine Türe zu wunderbar das geht jetzt einen Kaffee ich hab noch keinen Kaffee getrunken seitdem ich hier bin das ist echt schlimm so aber ich mach nur eine kleine Tasse Kaffee 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 ist ja nicht so als hätte ich heute schon einiges an Kaffee getrunken auch auf der Arbeit aber hier moin erstmal einen Kaffee nice und grüße geht raus an die Leute die es gerade auf dem Tablet gucken und grüße gehen generell raus an alle so Kaffee wunderbar es geht so leute ich trinke mir jetzt erstmal einen Schluck Kaffee mh mh nice boah Kaffee ist schon nice so schreibt mal Hashtag Kaffee in die Kommentare wenn ihr ein bisschen hingeschaut habt und ich würde sagen das war es dann auch vom heutigen Vlog morgen gibt es einen Vlog wo ich auch zum Friseur gehe da seht ihr auch meinen Laden vom Lothar vom Coffair Lothar ich werde einfach mal ja ihr werdet es auf jeden Fall morgen sehen und da wollte ich mal sagen war es das vom heutigen Vlog dann sage ich einfach mal haut rein Leute bis zum nächsten Mal und tschüss und tschüss und tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.